Hallo, ich bin Katrin und ich hatte eine Instant Change Anwendung von Tanja. Und ich muss sagen, ich habe sofort gemerkt, dass so richtig viel Energie ins Fließen gekommen ist und dass mein ganzer Körper angefangen hat zu arbeiten. Das war total spannend und habe mich tatsächlich am nächsten Tag endlich im Fitnessstudio angemeldet, was ich schon ganz lange vorhatte. Und ich bin jetzt schon ein paar Wochen, jede Woche da, was tut mir total gut. Dadurch ist mein Knie gleich viel besser geworden, weil ich irgendwie die richtige Intuition hatte für die richtigen Übungen anscheinend. Und da habe ich schon ganz viele Wochen mit rumgemacht oder Monate vielleicht sogar. Also das ist schon mal ein totaler Erfolg. Und mein Coaching-Programm, was ich gerade gelauncht habe, haben jetzt tatsächlich schon mehr Leute gebucht, als ich das vorher gedacht hatte. Und ich habe einen schönen vierstelligen Umsatz gemacht, freue ich mich auch total. Also auch in Hinsicht Geld hat sich schon einiges getan. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was als nächstes passiert und mag die Methode so sehr, dass ich die Ausbildung demnächst auch machen werde. Vielen Dank, Tanja.